Heute mal ein unboxing. Und zwar haben wir Flapper. Was soll ich dazu sagen? Flapper ist ein sehr guter Film. Ich mache nicht extra auf jetzt, sondern wir gehen jetzt über zu Prime Video noch. Ich habe neue Filme, wir sind hier stehen geblieben. Hier glaube ich ein kleines Boomster. Jetzt werden wir weiter schauen. Ich habe E.T. gekauft. Der Außerirdische. Genau. Minidoo 2. Der Dummspätzer. Ice Age 1. Die Goonies. Wenn man von Teufel spricht. Welcome to the Jungle. Mit dem Rock von WWE. Dumm und Düm. Mehr. Ich habe ja Dumm und Dümmer auch. Ihr könnt alles durchschauen bei meinen YouTube Videos. Und der erste Ritter. Camelot. Lancelot oder so. Ja. Ritter aus Leidenschaft. Und die Maske des Zorro. Die sind jetzt neu. Die Filme habe ich jetzt neu. Blues Flapper. Den habe ich mir so gekauft. Der kommt so billiger als bei Prime Video nämlich. Und ja. Ich hau ein. Jo. Und schönes Wochenende. Ich werde viel schauen. Wahrscheinlich am Wochenende. Und jo. Haut rein. Der Flapper.